Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Grant, da haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs. Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020